Und da oben. Und hier oben. Und da ganz oben. Erwischt. So, die hier bleibt, Leute, die ist ja von hier. Aber die hier kommt weg. Kommen weg. Da ist schon das Pilzhaus, Leute. Oh. So. Die bleibt. Das Schöne ist, dass wir jetzt dann besser sehen, wo es hell bleibt, also wo die Höhle bleibt, sozusagen. Und bis da hat, da ist ja dann sowieso schon die Bahn. Da hat sich sogar schon mal angefangen. Seht ihr das? Da oben ist noch Beleuchtung. Da müsste ich jetzt mal hin. Auch die kommt weg. Kommt alles weg. Da falle ich nachher runter. Wobei, das lasse ich erstmal noch. Ich falle da gleich runter. Da hat nicht funktioniert, so wie ich das wollte. Komplett dunkel, Leute. Ist da welches oben geblieben? Ich glaube nicht. Licht. So, hier. Diese Fackel noch. Da kommen auch schon die ersten Zombies. Und es ist jetzt stockdunkel. Ich sehe nirgendwo mehr ein Licht, außer dem, was wir hier unten haben. Fallschaden auch noch. Aber hat aufgehört zu brennen. So, die Fackel hier brennt noch. Das ist okay. Aber ansonsten glaube ich keine mehr. Und die da hinten noch. Und die da vorne. Äh. Doch, ist richtig. Schön. Dann können wir jetzt besser einschätzen, welche Löcher offen bleiben und welche nicht. Und haben wieder sehr viele Fackeln. So, und das hier ist jetzt erstmal fertig. Also machen wir hier mit dem nächsten weiter. So, da haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Also die beiden auch noch. Zum Glück kommt man hier hoch. Jetzt brauche ich das Holz. Bin mir ziemlich sicher, dass das alles hier offen bleibt. Also Holz. Den kann ich da lassen noch. Glaube ich. So. Aus jeder Scrolls 1. Track 21b. So, also. Wir haben hier eins, zwei, drei. Hier ist es also. Und zwar hier so. Müsste das sein. Da. Da hier da der Boden ist, ist der Boden hier. Das heißt, hier muss der volle Block sein. Das heißt, hier ist Redstone. Das heißt, hier kommt das hin. Genau. Jetzt muss ich, da hier noch Stein ist, Leute. Muss hier der anders platziert werden. Ich hab' ich das von oben vielleicht besser. Von hier. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Ja. Da rechts ist auch noch der Stein. Also super. So, dann haben wir hier die Blöcke. Hier schummeln wir. Und da und da auch. Und hier und hier. Und dann ist es auch schon fast fertig. So, hier müssen es wieder ganze Blöcke sein, da es ja ein hoch geht. Aber hier können es wieder die Stufen sein. Hm. Wie komm' ich jetzt hier wieder zurück? Nicht so ganz. Ja. So, und hier auch. Genau. Wobei das falsch ist. Ich hab' das jetzt einfach hingebaut. Aber es gibt einige Steine, die hier tatsächlich Steine bleiben würden. Das heißt, ich muss das jetzt wieder teilweise abbauen. Nämlich haben wir hier einen an der Wand. Das heißt, der hier kann hin. Der hier ist weg. Der hier ist auch weg. Aber hier ist wieder die Wand. Und hier auch. Und hier aber nicht. So, hier. Da man hier nichts sieht, muss der hier so sein. Das hier drunter ist sowieso. Das ist immer. Der hier kann dann aber... eine Stufe sein. Und dafür brauchen wir jetzt den Debugstab. Ah, ich hab' gar nichts zum Ablegen. Sehr schön. Die Debugstab. Ja, so soll es sein. So, dann. Hier. Der hier muss... Hat eine Wand. Der hier hat eine Wand. Der hier hat einen Boden. Also kommen die weg. Hier sieht man nichts drunter. Das heißt, das passt. Aber hier kann man von da etwas sehen. Hier ist da, da, drunter nirgendwo. Also bleibt der weg. Das heißt, wir können dann noch hier das so machen. Und fertig. So, dann haben wir aber hier noch. Und hier. Haben wir tatsächlich... Wand, an der wir uns dran heften können. Haften können. Deshalb wird das da auch so hingemacht. Da man das aber von unten sieht, brauchen wir ganze Blöcke. Hier ist nichts und hier ist nichts. So. Und da müssten wir das jetzt unten nochmal... Von unten nochmal abklären. Aber da ist tatsächlich soweit nichts. Also da war ja alles leer. Also lassen wir das so. Ich muss nächstes Mal erst alle Steine und dann das Holz bauen. So. Als nächstes. Die Wand. So. Eins, zwei, drei, vier. Der hier kommt tatsächlich noch weg. Ich höre schon wieder einen Creeper. So, das passt. Da drüben ist ein Skelett. Sobald es uns angreift, greifen wir zurück an. Das passt. Und dann greift es uns auch schon an. Komm ein bisschen besser her, damit ich besser dein Zeug einsammle. Da schießt es sich selbst ins Haus. So. Okay. Hier haben wir soweit nichts. Das ist... Ah, der kommt auch noch weg. So. Hier haben wir tatsächlich die Decke dran. Das geht. Ansonsten haben wir hier nichts. Das Licht wäre hier... Perfekt. Das wäre noch da. Ist noch da. Gerade noch so. Damit ist diese Wand hier fertig. Weiter mit der nächsten Wand. Das ist die auch fertig. Licht wäre hier. Ist hier. Da geht der an die Decke. Und... Super. Damit ist die Wand hier fast vollständig. Nur hier fehlt es. So. Auch hier ein Licht. Und dann die Decke jetzt. Das ist die Wand. drunter natürlich. So. Es ist zum Glück nichts auf uns herabgefallen. Und, ah nein, da drüben ist sie offen. Die Decke. Das sollte passen. Ja, das passt. So, damit haben wir jetzt hier das Loch fertig, Leute. Das ist, nein, halt mal, das Loch ist hier verbunden. Das heißt, wenn das Loch offen bleibt, bleibt auch das hier offen. Mist. Und das Loch hier? Das ist hier nicht verbunden, Leute. Das ist nicht verbunden. Und es hat ein Lichtlevel von 4. Wird also zugemacht. Es ist zu klein. Und weil es nicht verbunden ist, Leute, weil es hier nämlich zugemacht ist, und jetzt hier, von hier aus, ohne einen der Steine zu berühren, nirgendwo anders hin kann, ist das Loch einfach zu klein und wir machen es dicht. Sehr schön. Das heißt, wir können den hier austauschen und wir können die hier austauschen. So, das Loch ist zu. Dafür das hier, das bleibt so ziemlich, ziemlich sicher offen. So, von French Fuse, Tropic Fuse. Aus der YouTube Audio Bibliothek müsste das sein. Wird mir leider bei dem Lied nicht angezeigt. Okay, machen wir mit dem Segment hier weiter. Das ist eine Fledemaus. So, hier hätten wir das so. Und die hier sind sicher. Der hier ist weg. Der hier ist leider auch weg. Auch der hier ist weg. Ach, das war ja sowieso der, der weg ist. Und... Hier ist aber der da. Aber der Rest hier ist weg. Das heißt... Hier kann das tatsächlich offen bleiben, aber ich muss den hier austauschen. Ist ja tatsächlich auch hier dann soweit offen. Also da kann man... Das bleibt offen, Leute. Da muss ich gar nicht drüber überlegen, dass es so... Das geht so tief. Das bleibt offen. So, dann ist das, glaube ich, sogar das gleiche wie hier. Ja, das heißt, der hier muss ausgetauscht werden. Den Rest sieht man nicht. Super. So, der hier muss ausgetauscht werden, weil der direkt am Rand ist. Der Rest, da sieht... Da kommt jetzt Holz hin. Das war richtig. Und der ist auch richtig. So, das ist halt genau so gemacht. Und das passt so. Und man sieht auch sonst nichts mehr fertig. So, das war richtig. 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 Vielen Dank.